Moin zusammen Freunde, vielleicht habt ihr das mitgekriegt. 360 Euro im Jahr für Anwohner. Gericht kippt Freiburger Parkgebühren. Und ich habe bereits darüber berichtet, wir haben ja verschiedene Städte in Deutschland mittlerweile, wo es exorbitant unbezahlbar geworden ist, einen sogenannten Parkausweis für Bewohner zu beantragen. Der hatte nämlich normalerweise 30 Euro pro Jahr gekostet und wurde dann auf ca. 360 erhöht. Da kannst du wirklich sagen, du hast ein paar Euro pro Monat bezahlt und dann zahlst du auf einmal einen Euro am Tag. Das ist so unfassbar, wie hier mit den Menschen in Deutschland umgegangen wird. Und das ist zurückzuführen, diese Klage hier auf einen FDP-Stadtrat, muss man so sagen. Endlich mal was Gutes von der FDP, passiert ja auch nicht so häufig. Und der hatte nämlich vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt und setzte sich hier am Dienstag durch. Das Gericht in Leipzig erklärte die Freiburger Gebührensatzung für unwirksam. Allerdings nicht, weil das Gericht zusätzlich die Gebührenhöhe für bedenklich hielt. Ist halt auch wieder der absolute Knaller, wie dann argumentiert wird. Aber es könnte natürlich sein, und das wird die Grünen richtig zum Kochen bringen, so wie wir das mögen, dass das hier jetzt Schule machen wird. Dass dieses ein Exempel ist von Gericht aus und dass es dann dementsprechend auch in anderen Städten darauf hinauslaufen könnte, dass diese Gebühren absolut unverhältnismäßig sind. Und interessant sind dann auch, die sagen, wer im knappen öffentlichen Raum parken will, muss auch bereit sein, dafür zu zahlen, heißt es hier. Ja, grundsätzlich ist das richtig. Aber das machen Autofahrer. Beispielsweise über die Kfz-Steuer, beispielsweise über die Mineralölsteuer, beispielsweise über die CO2-Steuer beim Sprit, beispielsweise über die Mehrwertsteuer, beispielsweise über die Versicherungssteuer, der Kfz-Steuer, etc. pp. Weißt du ja, und trotzdessen bekommt man nur so einen läppischen Parkausweis. Und eigentlich, müsste man noch weitergehen, ist so ein Parkausweis nicht sogar kompletter Betrug an dem Bürger, der so einen beantragt? Denn wie oft ist es denn so, dass in den Städten hingegangen wird und werden eben zahlreiche Parkplätze abgebaut, abgeschafft, dann werden da Erlebnisräume geschaffen, Klimaplätze, wie auch immer das genannt wird. Dann wird auf einmal irgendwie ein Blumenkübel aufgestellt, dann wird eine Parkbank hingestellt, wo aber nie Leute sitzen oder ähnliches. Wisst ihr, die Politiker fragen sich allen Ernstes, warum die Leute so ungern nur noch in Städte fahren. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Und dann fragen sie sich, Aber wer soll denn dann in den Geschäften einkaufen? Wie kriegen wir denn die Leute dann da hin? Und dass die das offensichtlich nicht mit dem Fahrrad und auch sonst wie irgendwie machen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das sollte doch mittlerweile mal angekommen sein. Das ist schon wirklich eine Unverschämtheit. Und zurückzukommen auf die Situation, dass ich unfair finde, dass die Städte ja hingehen und vergeben mehr dieser Parkausweise, als Parkplätze verfügbar sind. Ist das Betrug? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Was haltet ihr davon? Es ist einfach unfassbar, was hier abgeht. Bis zum nächsten und ciao.